Ich grüße euch, es ist Zeit für unsere Schweigeminute und ich möchte euch jetzt bitten, einfach für eine Minute zu schweigen und euch auf euer Bild von Frieden einzustellen. Ich grüße euch, es ist Zeit für eine Minute zu schweigen. Ich grüße euch, es ist Zeit für eine Minute zu schweigen. Ich grüße euch, es ist Zeit für eine Minute zu schweigen. Ich grüße euch, es ist Zeit für eine Minute zu schweigen. Ich grüße euch, es ist Zeit für eine Minute zu schweigen. Ich bedanke mich bei euch. Ihr habt gemerkt, ich hatte jemanden am Telefon und wer Fragen hat, der möge mich bitte direkt ansprechen. Okay, ich wünsche uns ansonsten allen einen ganz, ganz tollen Abend, ganz viel Gesundheit, friedvolle Gedanken für die kommende Woche. Macht's gut, schönen Montag. Bevor ihr einfriert, im Hochsommer, dann Geo-Engineering, denke ich mal. Also, vergesst nicht, hier vorne liegen noch Waren. Nehmt was mit, wenn ihr noch Interesse habt. Es sind glaube ich auch noch, ja, Essenswaren sind noch da. Es sind noch Bücher da und Videos, die ausgeliehen werden können. Also wer da Interesse dran hat und ansonsten denkt dran, sprecht mit jedem, mit dem ihr sprechen könnt. Ladet die Leute ein für nächste Woche Montag. Nächste Woche Montag, 18 Uhr, sind wir wieder hier. Und bitte, wer Ideen hat, wer Angebote hat für den 1. September, für den Weltfriedenstag, ja, bitte kommt auf uns zu, entweder im Forum oder gleich hier. Ansonsten eine friedvolle und gute Woche und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche Montag gesund und munter hier wieder. Komm gut nach Hause, danke.